So, jetzt sind wir hier im historischen Seewerk Walzleben. Und jetzt werden Nutzbretter geschnitten. Ja, das Brett. Bleist so. Das ist jetzt die Einstellung. Okay, okay. Gut. Finger weg. Finger weg. Jetzt da hin füllen. Da hin füllen. Da hin füllen. Hüllen. Das ist das. Das war's für heute. Dann starten die Ferne zu nehmen. Dann starten die Ferne zu nehmen. Dann starten die Ferne zu nehmen.